Hallo und herzlich willkommen bei Nachmars Traum. Ich bin immer noch hier in der Area und versuche jetzt den Endpost in der 24. Folge. Schauen wir mal ob es klappt. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, wie bisher hat es nicht geklappt. Ohhhh, mit dem Laser hat er nicht mehr. Ach, die Schnee drauf. Leck mich doch auf den Arsch. Jetzt wirklich mal... Oh, das sieht ganz gut aus. Zumindest mal der Anfang. Aber nein. 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 Oh, Blitzzauber lohnt sich. Echt, jetzt? Da denke ich, ich mache mal Fortschritte, dann macht er sein Maul auf und rotzt mich einfach weg. Und mit einem Schuss, so ein One-Hit-One-No. Oh, oh! 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 Oh, oh! Leck mich doch am Arsch jetzt! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Natürlich. Das war's für heute. Eita. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt bin ich nervös und hektisch und genervt. Und fällt dabei noch ins Wasser. Das war's für heute. 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 Ja. Ja. Dann fällt ich ins Wasser. Überlebe ich nur länger als fünf Minuten, dann fällt ich ins Wasser. Na, fünf Minuten waren's jetzt nicht, aber... Das kotzt mich grad richtig an. Ja. 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 Von hinten weggeschossen. Klaatsch. Ja. 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 Himmel Na ja, irgendwann müsste ich jetzt auch nachfallen. Ich hab schon die ganze Zeit drauf überholt. Auf in den nächsten Versuch. Oh, Nid, Nid! Komm, komm! Geh! ARGHH Oh, jetzt kommt's schon, ey. Sei mal ein bisschen fair. Ja. Da gäbe ich sogar noch die Idioten da, ne? So genervt bin ich schon. Ah, fluchte Fickscheiße da. Kann doch nicht sein, ne? Ja. Das war's für heute. Oder leck mich doch am Arsch, ey. Oh, 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 oh. ich habe keine Ahnung was ich machen soll um besser zu werden ich habe mit dem Arzt ja schon so Probleme überhaupt die klein zu bekommen dass ich gar keine Möglichkeit habe mich um den Boss zu kümmern ja macht er direkt zu Beginn sonst nichts ich fasse es nicht ne im Laufen 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 So ein verhurerter Drecksgegner. Kann ich jetzt schon wieder vergessen, ne? Leck mich doch am Sack, ey. Geh jetzt durch den Boss. Weg zum Boss verlerne ich schon, ne? Geh jetzt! Geh jetzt! Was ist das? Ohhhh! Gibt es jetzt mit, ne? Ja, bravo. Heute bin ich ja wieder richtig gut. So, absolut in Topform. Zeigt den Leuten, wie scheiße du bist. Ich bin scheiße, ich bin scheiße. Ich bin scheiße. So, ich bin scheiße. Das war's für heute. Ja, so läuft das. So, guckt euch das Video bloß und ein, also es ist Müll, bis zum nächsten Mal.